Am Donnerstag und Freitag hat die erste inhaltliche Sitzung der Vergesellschaftungskommission stattgefunden mit einer öffentlichen Anhörung zur Lage auf den Berliner Wohnungsmarkt. Und die Ergebnisse haben unsere zentralen Auffassungen wirklich nochmal bestärkt. Berlin hat ein massives Mietenproblem. In den letzten 15 Jahren sind die Mieten im Bestand um 150 Prozent und die angemietten Wohnmieten sogar um 230 Prozent angestiegen. Wir haben eine massive Unterversorgung für Menschen mit niedrigem und mittleren Einkommen. Berlin fehlen 150.000 Wohnungen zum Quadratmeterpreis von 3,50 Euro. Und Berlin ist Hauptstadt der finanzialisierten Wohnungswirtschaft. In keiner anderen Stadt besitzen Bonovia und Co. so viele Wohnungen wie in Berlin. Berlin hat schon sehr viele Instrumente ausgenutzt. Neubau hilft alleine nicht und auch die mittleren Instrumente reichen leider nicht. Fazit für uns, wir brauchen die Vergesellschaftung.